Dadurch, dass es jetzt eine relativ hohe Anzahl an Effekten ist, ist der Effekt an sich natürlich wieder ein bisschen kleiner. Dafür hat man eben 100 Schuss. Die Brenndauer hier 60 Sekunden mit den unterschiedlichsten Effekten. Fängt an mit roten und grünen Röchstern, es geht dann über einen Knister in den Silberwirbel. Also Sie sehen, es ist sehr abwärtsreich. Kostet 12 Euro. Das ist zu klein für den Tisch, wo wir Berg nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020